Jo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video. Und zwar Clash Royale. So. Wir öffnen jetzt mal eine Ton. Und dann sieht's ja... Oh krass. Okay. Jetzt renne ich da Börder. Aber wer ist denn unten? Klämt gar keiner. Aber ich bitte mal an die Karte und zwar um einen Filmturm. Boah Schnellkampf. So. Jetzt wird's gesehen. Ach geht's und ich bin nicht so gut in Clash Royale. Auf jeden Fall. Ähm... Schaut auch mal beim... Äh... Gamer... Äh lol... Ne... Also genau... Gamer... 3D vorbei. Es... Wer ist noch auf Videos oder ihr wollt, er trägt wann, ich weiß nicht wie heute oder morgen, dort trägt er ein Live-Score. Schaut mal gerne bei den Freien. Und zwei Clips machen wir. Und wenn ihr den Tor kriegt, dann öffne ich die dann halt im nächsten Video. Weil ich weiß nicht genau wann sie fertig ist und deswegen... Und dann wird's noch auf. Und dann wird's noch... Und dann wird's noch... Und dann wird's noch... Ach nein Scheiße Ballon. Ich hab verloren... Wir haben verloren. Wir haben ja gar nicht... Wir haben ja gar nichts. Mit dem sind das Geläck noch mehr... Da... Und gewonnen. Ja... Mal gucken... Einen Kampf schaff ich's glaub ich nicht... Ne... Ich weiß es nicht... Ich will lass'n... Goldtruhe, was hat man denn da so, aber es ist nicht so gut von daher, was ich sehe. Anderem Blick, ich habe nur ein bisschen Scheiße. Anderem Blick, ups. So. So. Soll ich nur einen Eingriff machen? Ja, ich komm. Oder? Drei Minuten geht das mal jetzt. Ja, komm, ein mache ich noch. Guck mal, wo wir ein bisschen später machen. Oh, Arena 7. Ja, noch Arena 2 gewesen. 1 gewesen. Ich hoffe, dass ich auch noch slides war, aber normal bin ich ja eher aus. Boah, 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 boah. Boom. Weg, sagen weg. Boah, 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 boah. Und dieser Dürr. Dreh, sie werden sich von denen, weil er ja nichts setzt. Dann könnte ich ja alle spielen, nicht außer schießen, das ist ein Töpchen. Nichts weiter, was außer schießen. Das ist oft Dürr und Dumm. Es ist heute so ein Hashtag, also Hashtag viele Kronen, also nein, Hashtag Kronen ist unser Hashtag. Und es war klar, dass mein Teamkronen nicht da weiß. Ach, ich weiße. Hat er jetzt verloren? Ja. Ich weiße, dass mein Teamkronen nicht da weiß. Ja, dann hat er verloren. Ich kann ja auch bei mir ein bisschen mehr als ich selber tun. Ich denke, würde ich sagen, das war's für die Folge und tschau, Leute.